Hallo Leute, hier ist wieder euer Reaper und heute gibt es wieder ein neues Tutorial zu der neuen Zombie-Karte Ancient Evil. Und zwar wollte ich euch in diesem Video zeigen, wie ihr alle vier Hände auf dieser Karte upgraden könnt zu der Erlösten-Version. Das heißt, sie sind um einige Stärke und mega geile Wunderwaffen, muss ich sagen. Erinnern ein bisschen an der Eisendrache oder an Origins, da hatte man ja auch so vier elementare Wunderwaffen. Und hier in diesem Video wollte ich euch alle möglichen Upgrade-Versionen zeigen, denn das ist nicht wirklich schwierig auf der Karte, es geht mega schnell. Als erstes gibt es hier so ein kleines Inhaltsverzeichnis, beziehungsweise auch in der Beschreibung habe ich die Timecodes verlinkt. Die Timecodes seht ihr jetzt, beziehungsweise auch in der Beschreibung verlinkt. Da könnt ihr einfach draufklicken, wenn ihr irgendeine bestimmte Hand sehen wollt. Jetzt wollte ich euch aber zuerst mal zeigen, wo ihr die ruhenden Hände finden könnt. Das sind erstmal die Teile, damit ihr überhaupt eine Hand so gesehen craften könnt, beziehungsweise dort das Ritual machen könnt, damit ihr eine von den vier Händen aufnehmen könnt. Und zwar ist es aber so, dass es davon 20 verschiedene Orte gibt, aber es sind nur vier Orte von den 20 verschiedenen Orten belegt. Zwei Sachen aber noch ist es meistens so, dass ihr das Ganze irgendwie messen müsst, damit ihr das erstmal aufnehmen könnt. Und die andere Sache ist auch noch, dass ihr das meistens an einem so einem lilanen Rauch erkennt, dass ihr dort eben diese Hand befindet. Die erste Hand, die befindet sich dort, wo sie auch das Gold und die Schatztruhen befindet, in einem Kristall, der fast kaputt ist. Und den müsst ihr dann einfach messern, das seht ihr hier. Dann, wenn man nach unten geht, bei den lilanen Blumen im Boden kann sich das auch befinden, also das Teil auch immer. Der dritte Ort ist dann bei dem Starhof von Athena, auf der linken Seite in einer Vase neben dem Boot. Der vierte Platz ist auch in dem Bereich bei dem Brunnen neben der Säule. Danach, wenn man nach unten geht, direkt auf dem Weg vor der Säule. Daraufhin findet ihr dieses Teil auch, wenn ihr weiter nach unten geht, zu der Zeustatue auf der linken Seite im Boden. Der nächste Spot ist dann unten bei Zeus, direkt rechts neben der Statue im Boden. Und der achte Ort ist dann, wenn man den anderen Weg wieder nach oben geht, bei der Treppe, beziehungsweise bei der Statue am Eck im Boden. Und der letzte Ort von dem Teil in diesem Bereich, beim Tempel, befindet sich dann bei dem riesigen Schwert. Und jetzt gibt es dann noch ein paar Orte bei Packer Punch. Und wenn ihr noch nicht wisst, wie ihr da hinkommt, da habe ich natürlich schon ein Video hochgeladen, wie man zu Packer Punch kommt. Das findet ihr natürlich in der Beschreibung verlinkt, wo ich das Ganze nochmal detailliert erkläre. Und zwar befindet sich dort der erste Spot in dem Bereich. Direkt, wenn ihr ankommt und wenn die Treppe nach unten geht, links auf dem gepflasterten Weg. Daraufhin findet ihr das Teil auch bei Odin Perk, links davon im Boden. Der nächste Ort ist dann auf der linken Seite in dem Bereich, in dem Raum mit dem blauen Feuer. Und zwar direkt neben dem Feuer, unter ein paar Steinen. In dem gleichen Raum findet ihr auch einen weiteren Spawn, und zwar auf der anderen Seite bei dem Holztisch. Dann geht es weiter runter auf der Seite zum Käfig mit dem Adler. Denn neben diesen links gibt es auch einen Spot. Der nächste Platz von dem Teil ist dann in der Richtung Packer Punch auf der Brücke, auf der rechten Seite. Daraufhin findet ihr das Teil auch bei dem Platz in der Mitte, wo Packer Punch sich befindet, gegenüber von Packer Punch. Links neben der Statue im Boden. Als nächstes gibt es dann noch einen Ort überhalb von Packer Punch. Links neben der Schnellreise im Boden. Auch nicht weit weg in die andere Richtung, neben dem Fallenaktivierungsschalter in einem Kristall, gibt es einen weiteren Spawnort. Dann, wenn ihr zum anderen Adler geht, findet ihr bei der Titan in einem Kristall noch einen anderen Ort. Und endlich die letzte Location von dem Teil, die findet ihr, wenn ihr nach oben lauft, wo sich die weiße Flamme in einem Kelch befindet, wieder am Boden. Und hier ist noch angemerkt, dass ihr immer nur eins von diesen Teilen aufnehmen könnt. Das heißt, ihr könnt auch nur eine Hand machen und auch nur eine Hand irgendwie gerade im Moment upgraden. Jetzt wollte ich euch als erstes mal zeigen, wie ihr die erlöste Hand von Charon machen könnt. Das ist das Upgrade von der gefallenen Hand von Charon, also der normalen Version. Und wie ihr das jetzt machen könnt, das zeige ich euch jetzt natürlich. Was ihr als erstes benötigt, ist natürlich eine ruhende Hand. Die habe ich ja vorhin euch schon gezeigt. Und nun müsst ihr zu Packer Punch wieder gehen. Denn dort in diesem Bereich, auf der rechten Seite, wenn ihr nach unten lauft, befindet sich der Altar von Charon. Da könnt ihr jetzt als erstes mal diese ruhende Hand hineingeben und dann befindet sich auch so ein Kreisel um euch herum, wo ihr nicht mehr herauskommt. Ihr müsst jetzt ungefähr 30 Sekunden warten, die ganzen Zombies töten, die kommen. Und danach werdet ihr wieder befreit. Und das ist so gesehen der erste Schritt. Denn jetzt könnt ihr auch schon die normale Version aufnehmen. Und jetzt müsst ihr nach oben wieder laufen. Denn dort befindet sich so eine Art Fluss. Und in diesem Fluss, da müsst ihr jetzt Zombies töten. Das sind wieder so 30, 40 Stück, die ihr da töten müsst. Und dann wird dieser Fluss irgendwann komplett rot. Und ihr merkt, wenn ihr fertig seid, also mit den Kills, dass euer HOD so rötlich angefärbt ist. Und jetzt müsst ihr so Münzen finden. Die seht ihr eigentlich ziemlich offensichtlich, weil die leuchten jetzt auch so. Ihr könnt ja auch durch Steine und Wände sehen. Also das ist schon ziemlich offensichtlich. Nur gibt es jetzt falsche Münzen und es gibt richtige Münzen. Es steht auch da, dass zum Beispiel eine Münze falsch ist und die andere eine richtige Münze ist. Und ihr müsst davon jetzt drei richtige Münzen sammeln. Sobald ihr die drei richtigen Münzen gefunden habt, könnt ihr jetzt auch schon wieder zurück zum Altar gehen. Denn da könnt ihr die Münzen jetzt den Altar opfern. Und danach wird euch auch angezeigt, dass ihr euch jetzt teleportieren könnt. Und euch jetzt Schadern beweisen können. In diesem neuen Bereich habt ihr jetzt auch schon die geupgradete Version von dieser Wunderwaffe. Ihr müsst das einfach nur die ganzen Zombies töten. Das ist ziemlich einfach, weil ihr die geupgradete Version jetzt habt und auch unendlich Munition. Und irgendwann werdet ihr wieder zurückgeportet. Und somit habt ihr auch schon diese Waffe geupgradet. Jetzt wollte ich euch zeigen, wie ihr die gefallene Hand von Uranus upgraden könnt zu der erlösten Hand von Uranus. Und zwar müsst ihr als erstes natürlich wieder eine ruhende Hand finden. Und dann zu dem Schrein oder zu dem Altar von Uranus gehen. Der befindet sich direkt gegenüber von Packer Punch im Packer Punch Bereich. Und da ist jetzt wieder das Spiel angesagt, dass sich dann beim Aktivieren von diesem Altar ein Kreis um euch herum befindet, den ihr nicht verlassen könnt. Und da müsst ihr jetzt einfach 30 Sekunden lang überleben, die ganzen Zombies töten. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr dann auch schon von diesem Schrein diese normale Version euch nehmen. Und jetzt ist es eure Aufgabe, drei Federn zu diesem Schrein zu bringen oder zu diesem Altar. Denn jetzt müsst ihr euch bei diesem Schrein einfach umdrehen. Denn dort solltet ihr links von Packer Punch einmal diese Pfeilende sehen. Also mit diesen Federn in der Mitte von einem von diesen Pfeilen. Und da müsst ihr jetzt einfach mit einem Schuss von eurer Hand einen Zombie gegen diese Feder hauen. Also damit er einfach in diese Richtung fliegt und diese Feder berührt. Und sobald das richtig gemacht ist, dann seht ihr auch schon, wie diese Feder wackelt. Und aus dieser Feder kommt eine blaue leuchtende Feder heraus. Diese müsst ihr jetzt aber noch zweimal anschießen mit eurer Hand. Denn ansonsten verschwindet diese und ihr müsst das Ganze wiederholen. Deswegen passt auf jeden Fall auf, dass ihr diese mindestens zweimal angeschossen habt. Damit diese dann zu diesem Schrein hinfliegt. Wenn ihr das geschafft habt, dann fällt diese Feder auch herunter. Also die große Feder. Und ihr könnt dann auch schon zu der nächsten gehen. Und zwar die befindet sich dann nämlich bei dem anderen Schrein. Also bei diesem roten Schrein. Und da müsst ihr dann einfach wieder dasselbe Spiel machen. Wieder einen Zombie in Richtung von dieser Feder schießen. Und danach die blaue Feder zweimal anschießen. Damit sie auch wieder zu diesem Schrein hinfliegt. Und das letzte Mal befindet sich dann auf der gegenüberliegenden Seite. Und zwar bei dem Kistenspot. Und hier auch wieder dasselbe Spiel. Einmal den Zombie dagegen schießen. Mit eurer Hand. Damit die blaue Feder herauskommt. Und diese blaue Feder noch zweimal anschießen. Wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr wieder zu dem Schrein nach unten gehen. Und dann könnt ihr auch wieder in diesen anderen Bereich euch teleportieren. Um euch zu beweisen. Hier müsst ihr aber wieder die ganzen Zombies jetzt töten. Mit der geupgradeten Version, die ihr jetzt schon bekommen habt. Mit unendlich Munition. Und wenn ihr das gemacht habt und alle Zombies getötet habt. Dann kommt ihr auch wieder zurück in den normalen Bereich. Und habt auch hier die geupgradete Version. Und zwar die erlöste Hand von Uranus. Nun wollte ich euch zeigen, wie ihr die gefallene Hand von Gaia upgraden könnt. Zu der erlösten Hand von Gaia. Dann müsst ihr zu dem Altar von Gaia gehen. Der befindet sich unten bei dem Zeus Perk. Oder bei der Zeus Statue. Und zwar rechts daneben. Hier müsst ihr wieder das Ganze jetzt aktivieren. An der Statue oder an dem Altar. Und danach werdet ihr in diesen Kreis eingeschlossen. Da müsst ihr jetzt einfach wieder 30 Sekunden oder so überleben. Und jetzt müsst ihr die nächste Aufgabe eigentlich so gesehen wieder starten. Denn jetzt müsst ihr nämlich 3 Bäume finden auf der Map. An denen so 3 Kristalle dran sind. Der erste Baum, den findet ihr auch direkt beim Anfangsraum. Und zwar seht ihr diesen hier. Und da müsst ihr jetzt einfach die 3 Kristalle abschießen mit eurer Hand. Und wenn ihr das gemacht habt, dann spawnt oder erscheint unten vor dieser Pflanze ein kleiner Setsling. Den könnt ihr dann auch wieder aufnehmen. Aber seid gewarnt. Denn ihr könnt nicht sprinten, auch keine Waffen verwenden oder auch nichts aufkaufen. Also ihr solltet da, wenn dann schon alles aufgekauft haben. Und auch nur noch 1, 2 Zombies am Leben haben. Damit ihr in Ruhe nach unten laufen könnt. Denn ihr müsst jetzt diesen Setsling zu dem Altar von Gaia bringen. Das Ganze ist eigentlich ganz gut möglich. Ihr könnt euch ja zur Not auch das Schild zur Hilfe holen. Aber es sollte eigentlich mit 1, 2 Zombies kein Problem sein. Solltet ihr scheitern, wie ja zum Beispiel in meinem Fall. Dann ist es so, dass ihr ein paar Sekunden warten müsst. Oder ungefähr eine Minute warten müsst. Bis das Setsling wieder neu erscheint. Aber ihr müsst jetzt nicht extra eine Runde spielen oder sonst irgendwas. Ja und dann gibt es noch 2 weitere Bäume, an denen ihr dasselbe machen müsst. Ich zeige euch noch kurz, wo diese Bäume sich befinden. Oder neben dieser Schatzkammer. Also da, wo sie das ganze Gold befindet. Da daneben in dem Bereich, da befindet sich der nächste Baum. Den seht ihr hier. Beziehungsweise wenn man zu Gaia läuft. Also da nicht weit entfernt befindet sich der letzte Baum. Wenn ihr alle Setslinge zu Gaia gebracht habt, dann könnt ihr euch auch Gaia würdig erweisen. Und zwar werdet ihr dann auch wieder in einen anderen Bereich teleportiert. Hier müsst ihr einfach wieder die ganzen Zombies töten. Beziehungsweise einfach mit der geupgradeten Version, die ihr schon bekommen habt, die ganzen Zombies töten. Wenn ihr das gemacht habt, werdet ihr auch wieder automatisch zurück teleportiert. Und ihr habt auch die Hand von Gaia geupgradet. So, und jetzt wollte ich euch noch zeigen, wie ihr die gefallene Hand von Hemera upgraden könnt. Natürlich ist das Ganze auch wieder so, dass ihr wieder eine ruhende Hand benötigt. Und wenn ihr diese habt, dann könnt ihr zu dem Altar von Hemera gehen. Der befindet sich dann bei dem Stadion. Also da, wo ihr das Relikt am Anfang aktiviert habt. Und wenn ihr das Ganze dort natürlich wieder aktiviert, das Ganze. Dann ist es so, dass ihr in diesen Kreis angeschlossen werdet. Überlebt da einfach wieder, bis dieser Kreis verschwindet. Und dann können wir auch schon mit den ersten Challenges anfangen. Und zwar müsst ihr jetzt ein Licht zu diesem Altar hinbringen. Und zwar ist es so, dass ihr als erstes zu dem Anfangsraum hingehen müsst. Zu dem einen Ausgang. Denn dort befindet sich oben an dem Tempel ein Spiegel. Den müsst ihr erstmal mit einer normalen Waffe zweimal ungefähr anschießen, bis dieser senkrecht steht. Wie jetzt in meinem Fall. Und danach müsst ihr mit der Hand einmal draufschießen. Wenn ihr das Ganze richtig gemacht habt, dann prallt das Licht so ab, dass es in den Keich zwischen den zwei Steinköpfen hineinfliegt und drin bleibt. Wenn das so der Fall ist, müsst ihr einmal dieses Licht oder diesen Keich messern, damit das Licht jetzt auf eurer Hand drauf ist. Und jetzt müsst ihr euch beeilen. Denn ihr müsst jetzt dieses Licht zu diesem Altar hin transportieren. Es ist wirklich bei diesen ein bisschen tricky, denn ohne Staminapp müsste der wirklich schnell sein. Ich würde euch auf jeden Fall Staminapp empfehlen, weil das macht das Ganze um einiges einfacher. Aber wie gesagt, zeigt schnell, geht es so schnell wie möglich zu diesem Altar zurück, bringt das Licht dorthin und messert einfach bei diesem Altar eins von diesen drei Kelchen, damit das Licht in diesem Kelch beim Altar drin bleibt. Ja, und genau dasselbe Spiel, das muss man jetzt auch bei den anderen Orten machen. Und zwar befindet sich der zweite Ort dann bei der Brücke. Und zwar müsst ihr da einfach den Spiegel dort außen wieder anschießen, den seht ihr hier. Einfach wieder anschießen, damit er senkrecht steht. Mit der Hand dann einfach wieder anschießen, damit in den Kelch bei der Brücke das Licht drin ist. Auch hier dann das Licht wieder messern und zu dem Altar einfach hin transportieren. Ja, und der letzte Ort, wo ihr hingehen müsst, der befindet sich dann unten beim Marktplatz, beziehungsweise beim Bad oder was das auch immer ist. Und zwar hier und da befindet sich dann auch wieder bei dem Hauptgebäude der Spiegel. Den müsst ihr dann wieder anschießen, damit er senkrecht steht. Dann mit der Hand anschießen und natürlich müsst ihr dann auch wieder hier diesen Kelch messern, damit ihr das Licht auf eurer Hand drauf habt. Und dann müsst ihr so schnell wie möglich dieses Licht wieder zum Altar hin transportieren, damit das in diesen drei Kelchen drin ist. Wenn ihr alle Lichter dorthin transportiert habt, dann könnt ihr euch auch wieder würdig erweisen. Ihr könnt dann das Ganze wieder aktivieren, damit ihr zu einem anderen Ort hin teleportiert werdet. Hier habt ihr dann auch schon die geupgradete Version. Tötet einfach die ganzen Zombies, bis ihr wieder automatisch zurück teleportiert werdet. Ja und damit habt ihr jetzt auch die ganzen vier Hände geupgradet in alle möglichen Richtungen. Ja und das war es jetzt eigentlich schon wieder zu diesem Video. Ich hoffe natürlich euch hat das Video gefallen und auch weitergeholfen. Bis zum nächsten Mal, euer Reaper.